Projekt Boogaloo, 88 Flaschen, 88 Bier, 88 Stunden, aber keine 88 Tracks dafür, aber sieben oder vielleicht sogar acht frische Tracks. Das Ding ist bloß, wir haben gestern Abend ein bisschen zui ins Glas geschaut und jetzt müsst ihr vielleicht noch ein bisschen länger als 8 Uhr abends warten, aber ein Track um 8, der steht. Zieht es euch rein, 88.